Oh, das ist ein dummer Vögel. Geronimatz. Sekunde. Nee, geht weg. Hatte ich das Vieh schon? Alter. Nein, geh weg. Hä? Ach komm. Wat ne Hitbox. Komischer Ivan, ich will nicht gehen. Dass der das nicht lernen will. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ja, Drehradius von einem Dinosaurier. Das Fahrrad. Rottom hat glaube ich einen leichten Stromausfall erlitten gerade. Was wollt ihr von mir? Okay. Okay. Um. Na dann. Okay. Starlobore. Um. Schwierig. Keine Ahnung, ich mach das einfach mal. Und der hier, der kriegt direkt die volle Dröhnung. Ist das euer Scheiß? Ernst gerade? Ja, was noch alles? Damage, Damage, Damage. Darf ich vielleicht auch irgendwann mal angreifen? Dann mach ich das so auf den hier und der kriegt das hier ab. Fliehen kann ich doch mal, weil sein Trainer kämpfen nicht. Das hat so gut wie nichts gebracht. Dann machen wir das anders. Machen wir das hier. Das Pokémon kann ich... Ach, was in dem Scheiß Sand gerade drin hängt. Kann doch nicht sein. Oh, unglaublich. Es ist unglaublich. Ja. Und jetzt kann ich es komischerweise austauschen. Ich werde ihn aber wiederbeleben, weil der muss EP bekommen. ... 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 Beutel. Verdammt, warte mal. Wer bin ich denn jetzt als erstes? Gerardos, oder? Jetzt ist Gortrum. Der macht Beutelattacke hier. Das sollte hinkommen. Ach, echt, das ist dein Ernst? Durch jeden Dreck sind die zurückgescheucht. Meine Fresse. Nix, Beutel. Nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv, nichts... Was ist das? Das ist mir egal. Der zeigt, dass er mich immer nur für einen an, für den es verfügbar ist, aber... Hallo? Aha, bei dem ist es nämlich One-Shot. Dummer Sack. Hydro-Pumpe. Wie kann man Hydro-Pumpe verfehlen? Wie? Wie? Och komm. Und der ist weg. Sehr schön. So gehört sich das. Och komm. Ist das euer Ernst jetzt? Ist der dann genauso wie der Kramer, der sich dann von vier mal drei selbst verletzt? Ich glaube, jetzt ist es eigentlich auch egal. Ist mir egal. Ich greife ihn trotzdem an. Pass auf. Der haut sich eh selbst kaputt. Oh nein. Ist trotzdem abgewehrt. Kommt aufs selber raus. Das hätte ich natürlich auch vorher machen können. Sehr gut. Dann machen wir das. Hier haben wir ein paar Supertränke. Sehr schön. Äh, nein. Ich will niemand. Und ab geht's. Das heißt, da oben bin ich jetzt. Oh, Schneegebiet. Ist das die Eisarena vielleicht? Was bist du? Ich kann dich sehen, aber ich weiß nicht, was du bist. Kann ich jetzt noch mal rauslocken. Komm doch raus. Ja, gleich. Komm doch da raus. Ist das eine Schnecke? Ist das eine Schnecke? Snomnom. Wie gut. Äh, was hilft denn gegen Eis? Kampf, Gestein. Ich habe nur einen Kampf. Das sollte nicht passieren. Na gut. Da gibt es aber noch mehr von, oder? Ich will niemand. Du bist alte Generation. Uralt. Ich glaube, das ist sogar Generation 2, oder? Sneebel. Uralt auf jeden Fall. Das ist der Punkt. Da. Ich will dich. Snomnom. Snomnom. Volle Kraft voraus. Pulverschnee. Ja, kann ich abhaben. Sehr schön. Pogoball, go. Perfekt. Direkt beim ersten Versuch. Naja, der davor zählt nicht. Ich bin echt mal gespannt, wann sich die anderen zwei Viecher da entwickeln. Oder Legios. Generell auch. Das habe ich alles schon. Haben wir alles, haben wir alles. Du bist Trainer. Eis, gegen was kommt denn Eis? Also wir brauchen Feuer, Kampf, Gestein oder Stahl. Stahl habe ich doch. Und Kampf auch. Kampf und Stahl habe ich. Naja, immerhin vergiftet. Oh, er will mich auswechseln. Na, wen kriegt er? Oh Gott. Äh. Porenta. Na, na. Zeig mal, was du drauf hast, mein Freund. Ähm. Äh, ja. Keine Ahnung, zu Tommara. Oh Gott. Ich bin tot. Nee, nicht ganz. Kann ihn aber noch tauschen, oder? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Boah, teilweise diese Runden, die dauern ewig Puh Naja, ist irgendwie gestorben Naja, vielleicht sollte ich nicht gegen den kämpfen mit dem Garadas, aber Sehr gut Ja, Corenta 34, vielleicht bringt das ja mal was Ich weiß ja nicht Na gut, na gut Schicke Stadt Ja, doch, doch Ah gut, das ist die Eis-Arena Was bist du denn zur Hölle? Was Bist du? Guck mal hier Gong Vagong Gibt nicht viel, was ich momentan kaufen will Was ich aber mal sagen muss, was mir aufgefallen ist Ich hab nur nicht einmal verloren, glaube ich Also mein Typ ist noch nie Das ist ein Hotel Ach ne Ach ne Er hat verloren Gegen Gesteins-Gesteins-Poß Ach, das ist die Stein-Arena Meg Ich guck ihn mir genau an Stein Arena Ist ja auch immer was Dieser hier Okay, Gestein Ich brauche Wasser Pflanze Kampfboden, Stahl Also Geht aber auch Ich kann meine Alle Pokémon ist ja 70, das ist ja schon mal was Ich kann alle meine Warte mal, wie viele Orden habe ich? Achso, das ist ja 5 Ich dachte, das wäre der siebte Orden Aber ich kann meine Taktik Beibehalten Nein Es ist schon spät Ich mache nur die Arena Und dann ist erst mal Ende Wozu Not Woll ich halt Die großen Kaliber ran Ich speichere mal Es ist zwar nur 1,07 Aber ich bin halt schon Eine lange Zeit wach Das Mondball Ja, während der Nacht Oder sowas Achso, den Mondstein Ja Kannst mich mal Das heißt aber Dass ich den Orden Jetzt vor dem Anderen bekomme Jetzt fangt es so langsam an Dass ich ihn überhole Also dann Mac Was hast du für mich im Petto? Ah, ich habe schon Ahnung, was das sein könnte Was ist das denn? Fallgruppendetektor Ja Ja Ja.